Lalitasana ist die Stellung der Göttin Lalita. Lalita heißt auch verspielt und lieblich und freundlich. Lalitasana ist die Stellung, in der viele indische Göttinnen gezeigt werden, unter anderem Lalita, die auch identisch ist mit Tripura und Rajeshwari, aber auch Lakshmi und Saraswati werden oft in dieser Stellung dargestellt. Es sieht wie folgt aus. Du sitzt auf einem Stuhl oder auf einer Bank oder eben auf einer großen erhobenen Lotusblüte. Dann beugst du das linke Knie und gibst den Fuß an die Innenseite des rechten Oberschenkels und du lässt das rechte Bein hinunterhängen. Dann gibst du die Hände auf die Knie und lächelst allen zu. Das ist ein erhabenes Asana, wo du eben wie eine Göttin dich fühlen kannst. Die Göttinnen machen dann gerne noch Abhaya Mudra, das heißt, du hebst noch die rechte Hand hoch in einer Schutzgeste und als Segensgeste. Lakshmi würde noch die linke Hand so hinunterhängen lassen, mit Handfläche nach vorne als Symbol des Gebens und als Symbol dafür, dass sie dir alles Wohlwollen zukommen lässt.